Sie möchten überall im Haus fernsehen? Mit Horizon Go Free können Sie Ihre gebuchten Sender zu Hause auch auf dem Smartphone und Tablet ansehen. Dazu öffnen Sie den Play oder App Store und installieren die Horizon Go App. Haben Sie die App heruntergeladen, melden Sie sich mit Ihren Kundencenter-Daten an. Sind Sie angemeldet, können Sie das aktuelle TV-Programm überblicken. Dazu wählen Sie den Punkt TV aus und klicken dann im oberen Reiter auf den Punkt Live Sender. Es erscheint die Senderliste, die Ihnen zeigt, was gerade läuft. Sie starten die Wiedergabe, indem Sie das gewünschte Programm auswählen. Über den Menüpunkt TV-Programm gelangen Sie in den elektronischen Programmguide, kurz EPG. Dort erhalten Sie einen Überblick über das TV-Programm der nächsten sieben Tage. Im EPG können Sie Ihre Lieblingssendungen zur Aufnahme auf Ihrer Horizon Box programmieren. Dafür wählen Sie das entsprechende Datum mithilfe des Dropdown-Menüs aus. Durch Auf- und Abwischen navigieren Sie durch die Sender. Haben Sie den gewünschten Sender gefunden und wollen eine Sendung auswählen, wischen Sie nach links bzw. rechts, bis Ihnen diese angezeigt wird. Halten Sie die gewünschte Sendung gedrückt, können Sie Datum, Uhrzeit, die Dauer der Sendung sowie weitere Informationen einsehen. Außerdem können Sie hier Sendungen mit Ihrem Horizon Recorder zur Aufnahme programmieren. Dazu drücken Sie auf Aufnehmen. Die App nimmt Verbindung zu Ihrer Horizon auf und Sie erhalten anschließend die Information, dass die Aufnahme erfolgreich programmiert wurde. Ihnen ist das Videobild auf Ihrem Handy oder Tablet zu klein? Dann sollten Sie einen Chromecast-Stick oder Apple TV nutzen, um die Horizon Go Streams auch auf einem großen Fernsehbildschirm ansehen zu können. Stellen Sie dafür sicher, dass Sie Horizon Go im selben WLAN nutzen, in dem auch Ihr Chromecast-Stick oder Apple TV eingebunden ist. Starten Sie in der Horizon Go-App einen Stream, erscheint oben rechts im Bild automatisch das Googlecast oder das Airplay-Symbol. Klicken Sie das entsprechende Symbol an, wird der Stream auf dem Fernsehbildschirm fortgesetzt. Und dann wird der Stream auf dem Fernsehbildschirm gesetzt.